Nur 30 Kilometer östlich von der bayerischen Landeshauptstadt München gelegen, befindet sich auf einer Gesamtfläche von 90 Quadratkilometern eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete in Deutschland, der Ebersberger Forst. Allein 50 Quadratkilometer bilden hierbei den Wildpark Ebersberg, der von den bayerischen Staatsforsten bewirtschaftet wird. In ihm befindet sich auch eine Wildruhezone. Hier ist neben Rehwild und sogar dem Rothirsch vor allem auch kapitales Schwarzwild zu beobachten. Große Suhlen und frisch gebrochene Stellen im Wald zeugen von einem reichen Wildbestand der Schwarzkittel. Plötzlich knackt es im Unterholz. Zwei starke Keiler ziehen vorsichtig aus der Dickung heraus. Langsam wechseln sie auf die Freifläche hervor. Dann fangen sie auch schon an zu brechen. Eine Sau wechselt trollend von Dickung zu Dickung. Dann zieht sie zu den zwei Keilern auf die Esungsfläche. Es ist ein dritter Keiler. Unverhofft tritt eine Bache mit Frischling hervor. Beide wir wechseln über die Fahrt. Faszinierend, wie die starken Schweine gemächlich vor sich herbrechen. Hier sieht man noch eine der zwei extra erbauten Besucherkanzeln für die Öffentlichkeit. Sie liegt ebenfalls in der Wildruhezone. Von dort lässt sich das Schwarzwild sehr gut in Blicknahme nehmen. Außerdem finden außerhalb der Wildruhezone jährlich Drückjagden im Wildpark auf Rothirsch, Schwarzwild und Rehwild von den bayerischen Staatsforsten statt. Jeder Jäger mit gültigen deutschen Jagdschein kann gegen eine entsprechende Gebühr daran teilnehmen.